Bei dem Regenland ist der Russisch-Orthodoxe Pfarrer, der hat gerade wieder den Schwengel dazwischen. Wird dir gesegnet. Hoffentlich kriegt die Linse nichts ab. Tatsache, jetzt fängt es genau jetzt an zu regnen, das ist aber typisch. Ich habe keine Regenjacke dabei. Oh, da kommen sie. Was haben Sie? Ausziehen. Alex, Alex. Wuhuuu! Was ist der Ombau, oder? Was ist der Ombau, oder? Wooo! Godspeed! 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 Big luck! Hast du die Pampers gesehen? Was ist der Ombau? Das ist der Ombau.